die ganze zeit auch diese kack musik hier ja bei mir diese wenn du angegriffen wirst zum beispiel musik und dann irgendwie musik ja aber noch andere bisschen it's over i have the high ground was ist in einer minute noch ja dann hab ich fertig gebaut hier hier ist auch noch diese fette katze habt ihr die eigentlich gefangen diese pinke fette katze die ist auch level 28 egal dass du bist in dem gebiet in dem wir noch nicht sein sollen das ist einfach nur das modden gebiet vielleicht sollten wir nicht hin also nicht zu viel mit beschäftigen der ich glaube ich gibt es gleich auch ich bringe den gleich einfach rum ab ihn sie ist einmal muss man drohen ich habe neue schiefen entfangen 50 verschiedene pelz so jetzt bist du dran du scheiß drecks fette katze 50 die fette katze ist jetzt so hart dran ich sag's dir und ich hab den high ground dir kommt hier niemand zu what the fuck was kann der okay aber ich hab das wiesel komm wiesel digga mit der armbrust mach ich halt einfach gar nichts ich krieg ein pell für die 15 der wer hier gerade auf dem berg fast gesprungen diese fette katze auch kein aim wiesel jetzt greif an du affe du hattest grad voll die guten attacken egal wiesel ist auch so scheiße ist der andere dran es ist aber gut dass die katze hier nicht hochkommt ok die rennt weg scheiße sie will von der anderen seite kommen sie will mich nein sie sagt ihren freunden bescheid jetzt kommt die ganze ganze gang da sind noch level 20 oh nein sie kommt ich hab so angst scheiße digga die ist halt einfach so schnell kannst du mir helfen kommen äh so kurz ja kämpf bitte wiesel hast du auch noch diese grünen pelz beers digga er will aber auch nur mich und nicht das wiesel greif das verfickte wiesel an da bist du oh fuck er killt ihn ich schiebe mir noch kurz noch mal ein brus hin junge für die sachen haben wir gerade keine zeit die fette katze wartet da oben ist er ja guck mal ich hole den gelben dino raus auf einmal rennt der weg der dino rennt auch weg drecksviech rennt auch nicht weg digga ich hasse ihn die schenke hat irgendwie ein bisschen stuck zu sein wo ist sie oh ne sie kommt noch nicht zu du hast sie also sie will halt nur mich ah jetzt will sie dich ne sie kämpft mich an aber bei der kann man halt gut headshots verteilen die drecksvogel haben jetzt auch beef 12% jetzt heißt es die ganze zeit drauf ballern gott ist oben oh gott ich werfe einfach drauf digga wie kann die weit werfen spring wo habe ich jetzt schaden gekriegt die ist rausgekommen sie ist dann auf dich zugesprungen ich kann nur mit länder mal kurz drauf schießen ich habe noch eine bessere ja warte nicht nachgeladen der gäbe dinos besitzt ihm nur acht prozent wie flachst du von denen noch vier hoch wie hoch kann die spring das ist ein angriff tschüss noch mal drauf nice jetzt schon mal warten bis es rauskommt oh ich muss werfen 3% jetzt kannst du noch mal grün werfen ich habe es nur noch gelben nice wie viel eins ah schade ich habe noch gelben ja sag lieber bescheid nicht dass ich hier die ganze zeit noch werfe hast du ihn vielleicht ja jetzt habe ich ihn oh mein gott nice jetzt hast du auch den 50er jetzt habe ich auch die 50er ja aber warte weh ich muss das brusten einholen noch holen alter das war jetzt ein abenteuer ja nächste du und noel habe es nicht hingekriegt aber dafür wir beide hier waren doch irgendwo davon ist noch drei mod nach sie will ich auf denen steht mein name wo war das ei was war zuerst da das huhn oder das ei saftiges grünes ei ich sehe nur wieder irgendwas wegbummst lull ich kann sogar mit dem tombatt kann ich Ultraschall Sensor machen joo so ich habe das schwarz gelbe ei gefunden vielleicht ist da dieser gelbe dino wieder drin das kann sein joo das ei ist gelb also muss das mann auch gelb sein joo das ist ein knisterndes jumbo ei ungewöhnlich ja hau das rein das brauchen wir ja das dauert auch wahrscheinlich eine halbe wahrscheinlich ja irgendwas wollte ich jetzt machen jetzt weiß ich es nicht mehr ja auch den vogel da hinten habe ich noch nicht das ist auch mit level 19 ok dafür fehlen mir wieder fiber so wir können seile immer das problem sein ja 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 rohalla der fickt ja richtig durch alter ist so dumm was sind tomate er hat beide umgebracht wollte empfangen da hinten ist noch robin hood ja okay warte mal an dem gelben dino die hp sind nicht wirklich weiter höher gegangen das ist level 19 hat 700 mehr also ungefähr wie beim anders ja das ist das ist viel aber unbedingt mehr als beim letzten nicht wie er raus ist ja ich dachte der hätte jetzt schon so 25 sittiger robin hood fängt mich ja das ist auch richtig stark scheiße ich muss hier weg gerne einfach will er mich noch oh warte robin hood ja er will mich aber tombert fickt ihn oh ich habe eine lifmuck-statue hat der mich gerade erschreckt tombert digga der will mich immer noch digga der ist nur level 23 und fickt schon so hart rein dieses piech ja die sind ich weiß nicht warum die so hart sein müssen ja 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 ja